Hallo meine lieben Kinoblocker und Filmfans da draußen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Geht es heute mal wieder um einen Katastrophenfilm und zwar Skyfire von Regisseur Simon West. Und ob der Film was taugt, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Bis gleich. Katastrophenfilme gibt es ja nur wirklich wie Sand am Meer, doch gerade bei einer Katastrophe wie einem Vulkanausbruch hält sich das filmtechnisch gesehen sogar in Grenzen. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Volcano, Dentist Peak oder auch Pompeji ein. Und ja, auch Skyfire bedient sich eben dieser besagten Katastrophe. Den Film selber gibt es seit dem 19. Februar diesen Jahres fürs Heimkino. Regie geführt hat hier Simon West. Dürfte den meisten von euch was sagen. Er hat ja schon Filme wie Wildcard, Con Air oder Expandibles 2 auf die Leinwand gebracht. Also durchaus ein Mann, der mit Actionfilmen was anfangen kann, ein Händchen dafür hat. Und da denkt man sich, okay, Skyfire, Katastrophenfilm, kann ja gar nichts schief gehen, würde man behaupten. Aber um was geht es denn groß im Film? In Skyfire geht es um eine Insel Tianhu, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, im chinesischen Meer mit einem logischerweise aktiven Vulkan, auf der ein Geschäftsmann, gespielt von Jason Isaacs, der Jack Harris, ein Ferienabenteuerresort hochgezogen hat, um viele, viele Touristen auf die Insel zu bringen. Natürlich ist in erster Linie Geld das Wichtigste. Er versucht auch immer mehr Investoren heranzuziehen, die immer noch mehr Geld in diese Anlage pumpen, denn er hat viel vor damit. Und Gefahr besteht ja an und für sich nicht, denn ihm wurde ja gesagt, der Vulkan würde erst wieder in 150 Jahren ausbrechen. Natürlich passiert das wesentlich früher. Ja, und mehr möchte ich zur Geschichte nicht erzählen. Man kann sich natürlich in etwa ausmalen, was dementsprechend passiert. Ja, Jason Isaacs ist somit der einzige Schauspieler, US-Schauspieler. Alle anderen, ich will jetzt die Namen nicht aussprechen, sonst würde ich mir wahrscheinlich auf die Zunge beißen, aus dem chinesischen Raum machen ihre Sache solide. Man darf hier jetzt nicht hier was auch immer erwarten. Schauspielmäßig ist in Ordnung. Sie erfüllen ihren Zweck. Auch Jason Isaacs, den man ja unter anderem schon aus den Harry-Potter-Filmen Dragonheart und Resident Evil herkennt, hat auch schon wesentlich besser abgeliefert. Auch die Screentime, die man ihm für den Film zur Verfügung gestellt hat, hält sich dann doch in Grenzen. Alle anderen chinesischen Schauspieler, die ich sonst auch noch nie auf dem Schirm hatte, ja, die erfüllen ihren Zweck, machen ihre Sache in Ordnung. Es gibt so eine Vater-Tochter-Beziehung, die sie versuchen irgendwie so ein bisschen mit unterzubringen. Gelingt nur bedingt. Dann haben wir noch so eine Art Liebesgeschichte, die wollen sie dann auch noch in so einen Film reinpacken. Handlungsmäßig ist es natürlich sehr dürftig. Eine Insel, ein Vulkan bricht aus und die Leute müssen irgendwie gerettet werden. Punkt aufs Ende. Man hätte es aber trotzdem noch ein bisschen interessanter gestalten können, denn der eigentliche Fokus ist wirklich diese besagte Katastrophe und die hat man doch ordentlich mit den ein oder anderen Abstrichen umgesetzt. Beim Budget weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er gekostet hat. Wenn ich es aber mit anderen chinesischen, asiatischen Produktionen vergleiche, wie zum Beispiel Space Reapers, der hat 20 Millionen gekostet. Das ist ein Augenschmaus ohne Ende. Kann man von dem Film nur bedingt sagen. Es gibt auch so Landschaftsaufnahmen von der Insel und auch, wo es um die eigentliche Katastrophe geht. Wenn sie ausbricht, der Vulkan hier Asche verströmt und diese Gesteinsbrocken runterfeuern. Auch so lavatechnisch geht das in Ordnung. Aber dann gibt es wieder so Dinger, das ist so richtiges Low-Budget-Niveau, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, das habt ihr gut umgesetzt und hier hat euch wahrscheinlich das Geld gefehlt. Keine Ahnung, also ich denke mal 10, 15 Millionen würde der Film gekostet haben. Man hat sich meiner Meinung nach schon Mühe gegeben, aber er hat so seine Schwierigkeiten, den Zuschauer wirklich auch so ein bisschen bei der Stange zu halten. Klar, er braucht nicht lange, um in Fahrt zu kommen. Er haut dann auch so einige Dinge raus, wo durchaus ansehnlich daherkommen. Aber so charakteristisch betrachtet ist es halt, naja, mein Gott, so mittel zum Zweck, die sind halt da und wenn der eine halt hops geht, dann geht er halt hops. Man kann auch in etwa erahnen, wer dann am Ende überlebt und wer nicht. Also es ist schon sehr vorhersehbar, das Ganze. Was mich natürlich wundert, der Film ist an und für sich für die Trilogie geplant gewesen. Ich glaube auch nicht, dass da noch irgendwie ein zweiter oder dritter Film kommt. Ich wüsste auch nicht, wieso, weshalb, warum. Wollen sie den Vulkan halt noch zwei, dreimal explodieren oder hochgehen lassen. Der eigentlich totaler Käse. Von daher sollte man ihn wirklich als eigenständigen Film betrachten, den man sich nach einem anstrengenden Tag mal auf der Couch zu Gemüte führen kann. Der Film geht auch nicht lange, 96, 97 Minuten sowas in etwa. Also kann man sich schon mal reinziehen. Aber ich habe persönlich, auch wenn ich das Genre mag, schon wesentlich bessere Katastrophenfilme gesehen. Selbst Vulcano und Dandest Peak fand ich irgendwie doch eine runderere Sache. Ja, der Film, der lebt halt von der eigentlichen Katastrophe, die mal so mehr oder weniger gut umgesetzt hat. Alles andere ist dann doch sehr dürftig gehalten. Viele Logiklöcher, so Dinger, wo man wirklich nur noch mit dem Kopf schüttelt, was da gerade so passiert ist. Auch dialogtechnisch, naja, so 0815 stellenweise. Also müsst ihr halt selber sehen, ob das so ein Film für euch wäre, den man sich mal anschauen kann. Vielleicht mal bei einem Streaming-Anbieter, wenn er mal im Programm ist, kann man vielleicht da mal reinschauen. Abends mal zum Runterkommen ist der Film doch schon geeignet. Ob man sich kauft, muss halt jeder selber wissen. Ich habe ihn relativ günstig erworben, von daher hat es mir jetzt auch nicht wehgetan. Ich wurde auch gut unterhalten, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, also ich würde mal sagen, wer es Genre mag, der kann ruhig mal den Blick riskieren. Alle anderen, die vielleicht ein bisschen mehr sich erhoffen, sollten vielleicht einen Bogen drumherum machen. Und ja, in dem Sinne wäre ich fertig mit dieser Kritik zum Katastrophenfilm Skyfire. Wenn euch mein Kanal gefällt und alles, was ich so in puncto Film mache, dann lasst mir doch gern ein Abo da. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um auch künftig keinerlei Videos mehr zu verpassen. Gut, dann haben wir es mal wieder geschafft für heute. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende und bis die Tage. Ciao, euer Wasti vom Kinoblog. Bye, bye.